Brillux präsentiert die 2K Epoxy Vario Primer, die ideale Basis für einen optisch einwandfreien und langlebigen Anstrich. Außerdem die Lösung für zahlreiche Untergründe im Innen- und Außenbereich. Dabei bietet das 2K-System eine hervorragende Haftung und rostpassivierende Eigenschaften. Beide Grundierungen eignen sich für verschiedene Applikationsverfahren. Der 2K-Epoxy Vario Primer 865 bietet hohen Verarbeitungskomfort, vor allem für die Streich- und Rollapplikation. Für Spritzverfahren hingegen überzeugt der 2K-Epoxy Vario Primer S864 mit hohem Standvermögen. Beide Grundierungen sind universell überarbeitbar, schnell trocknend und sehr beständig. Die 2K-Epoxy Vario Primer 865 und S864 von Brillux. Die beste Voraussetzung für optimale Oberflächenergebnisse. Aus gutem Grund.